Ein weiteres großartiges Zeichen dafür, dass wir in den letzten Tagen leben. Gestern fand ein großes katastrophales Ereignis statt, von dem viele nichts mitbekommen haben. Die Sonnenfinsternis war ein unglaublicher Beweis dafür, dass Jesus sehr bald wiederkommen wird. Gestern hatten wir ein weiteres großartiges Ereignis dafür, dass wir in den letzten Tagen leben. Ich denke nicht an die Ereignisse, die hunderte von Menschen prophezeit haben und die nicht eingetreten sind, sondern ich denke an die Millionen, die ihnen geglaubt haben und leicht zu täuschen waren. Das ist es, was die Bibel verspricht. In der Inzeit werden viele verführt werden und abfallen. Gestern war nur ein weiteres Beispiel dafür. Wir sehen in allem Zeichen und all jene, die Videos darüber gemacht haben, haben Tausende, Jahrhunderttausende von Aufrufen erhalten. Es gibt wirklich einen großen Markt da draußen und die Menschen hören schnell zu, lernen aber leider sehr langsam. Wenn also das nächste Mal so etwas passiert, ist das alles vergessen und dieselben Leute, die gestern falsch prophezeit haben, werden beim nächsten Mal dasselbe tun und noch mehr Bücher verkaufen und noch mehr Menschen täuschen. Es ist wirklich traurig, das zu beobachten. Gestern war eine weitere große Katastrophe für viele prophetische Dienste, denn sie prophezeiten Ereignisse, die nicht eingetreten sind. Aber sie hatten viele Aufrufe, einige sogar Millionen und wie jedes Mal wird es keine Konsequenzen für sie geben, weil sie nicht lernen und tun, was die Bibel sagt, sie als falsche Propheten zu bezeichnen. Ein Freund von mir schrieb gestern diesen Text auf Facebook. Es mag hart erscheinen, aber es ist die Wahrheit. Kennzeichnen sie jeden Pastor, Führer oder Christ, der behauptet, dass Jesus heute kommt. Wenn sie nicht öffentlich bereuen, sind sie falsche Propheten, Apostel und Brüder. Lasst uns keine Sensation machen. Bitte, wenn sie in diesem Hype aufgesessen sind, tun sie Buße und lernen sie die Propheten der Bibel kennen. Eure Propheten klingen nicht wie sie. Bitte, ich flehe euch aus tiefster Liebe und Sorge an. Kehrt um, das Reich Gottes ist nah, ihr wurdet gewarnt. Das mag hart erscheinen, aber egal was sie denken, das ist biblisch und die Wahrheit, die sie hier lesen. Es ist an der Zeit, das Wort Gottes auf diejenigen anzuwenden, die öffentlich aufstehen und prophezeien, wie sie es gestern getan haben. Wenn wir nicht damit anfangen, werden wir niemals aufräumen und den wahren Propheten Raum geben, um gehört zu werden. Es gibt nur wenige von ihnen da draußen und sie sind weit voneinander entfernt, besonders auf YouTube. Aber sie sind da, aber im Moment werden sie nicht gesehen und gehört, wegen all der falschen Propheten, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, die über Ereignisse prophezeien, die nicht gestern passiert sind. Ja, sie sind diejenigen, die die ganze Aufmerksamkeit und die Millionen von Zuschauern bekommen. Gestern wurde die Sonne dunkel und mehrere benutzen diesen Vers. Matthäus 24, 29. Gleich nach der Drangsal jener Tage wird sich die Sonne verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Gestirne werden erschüttert werden. Ja, man kann hunderte von Videos finden, in denen Menschen über das Gestern und große Ereignisse sprechen, die nicht so eingetreten sind, wie sie prophezeit wurden. Sie prophezeien katastrophale Ereignisse, Erweckungen oder sogar die Rückkehr Jesu. Hat irgendetwas davon stattgefunden? Seien wir ehrlich. Hat dieser Vers etwas mit einer kleinen lokalen Sonnenfinsternis zu tun? Nein. Ich möchte zu meinen amerikanischen Freunden da draußen sprechen, zu allen von euch, die in den USA leben. Wie ich liebe euch, Leute. Ich vermisse euch und die USA. Ihr habt in keiner, in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Land. Versteht also bitte nicht falsch, was ich sage. Es mag dem Fleisch wehtun, aber es ist in Liebe gesagt. Ich möchte, dass sie wissen, dass die Welt größer ist als die USA und dass sich nicht alles in der Bibel um sie dreht. Vor allem, wenn wir über die Endzeit und Prophezeiung sprechen. Die USA ist erstaunlich und ich vermisse euch alle, aber es ist wichtig zu erkennen, dass die Welt größer ist als die USA. Ihr seid nicht der Mittelpunkt der Welt und wenn wir uns die Bibel und die Ereignisse ansehen, die sich ereignen werden, dann geschieht das höchstwahrscheinlich nicht in den USA. Ein Ereignis in einem anderen Land ist genauso wichtig wie ein Ereignis in den USA, auch wenn man nicht in den Nachrichten davon hört. Aber die meisten Propheten sehen nur die USA und das ist das erste Anzeichen dafür, dass sie falsch sind. Die meisten Ereignisse werden um Israel herum stattfinden und nicht in Dallas. Als Jesus in Matthäus 24 sagte, die Sonne wird sich verfinstern, sprach er nicht über Dallas, Texas oder einen kleinen Fluss in den USA. Diejenigen, zu denen er sprach, waren in Jerusalem und dort gab es gestern keine Sonnenfinsternis oder doch? Was Jesus in Matthäus sagt, wird nicht das sein, was sie gestern gesehen haben. Dass Menschen diesen Vers, der in Jerusalem gesagt wurde, für die USA verwenden können, ist wirklich alarmierend. Und noch alarmierender ist, dass die Menschen ihnen glauben können. Was Jesus meinte, war die totale Sonnsfinsternis, die die ganze Welt sehen und vor Augenangst zittern sollte. Denn wie wir lesen, wird auch der Mond sein Licht verlieren. Jesus sprach von großen Erschütterungen, wie wir lesen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Gesterne werden erschüttert werden. Und nicht etwas, wie wir es gestern gesehen haben. Und wenn es nur eine lokale Angelegenheit wäre, dann wäre es eine für Jerusalem und niemals für die USA wie gestern, als die Sonne über Dallas dunkel war, aber die in Jerusalem nichts sahen. Aber leider haben viele Prediger in den USA die Vorstellung, dass die USA die Welt sind, als ob die Welt sich um die USA drehen würde. Lasst uns alle daraus lernen und nicht weiter auf die Leute da draußen hereinfallen, die immer wieder auftauchen, wenn es ein Ereignis, eine Wahl, ein besonderes Datum oder was immer sie finden können gibt. Und sie hören nicht auf. Viele von ihnen werden heute das nächste Video herausgeben, in dem sie sagen, es geschah, wie sie sagten, aber es war plötzlich geistig und wird plötzlich einige Zeit vergehen, bevor es sich im Physischen manifestiert. Auf diese Weise können sie weitere Videos drehen und die Leute werden ihnen weiter folgen. Keine Reue, keine Konsequenzen und nichts wurde gelernt. Und so geht es bis zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus wirklich wiederkommt und ein wahrer Prophet spricht. Dann sind alle so verwirrt, getäuscht und blind, dass sie nicht zuhören und nicht bereit sind, wenn sie es sein sollten. Bitte meine Freunde da draußen, wo immer ihr seid, ich sage das mit Liebe. Lasst uns unsere Augen öffnen und fest auf das Wort Gottes vertrauen. und lasst uns aufhören, auf all das hereinzufallen. Ich schließe mit diesem Satz. Wenn wir dem so und so viel Aufmerksamkeit schenken, wie wir in den letzten Tagen und Wochen der Sonne geschenkt haben, dann glaube ich wirklich, dass die Erweckung kommen würde. Er ist so viel größer und wenn er kommt, wird er die Welt erhellen wie nie zuvor. Als Johannes am Anfang der Offenbarung Jesus sah, sagte er, leuchte wie die Sonne in ihrem Glanz, Offenbarung 1,16. Ja, das Licht, das er ausstrahlt, ist heller als alles, was wir bisher gesehen haben. Und wenn dieser Tag kommt, wird die ganze Welt es erkennen. Gott segne Sie, Tom Sondergaard.